Okay. Gehen wir lernen, dass hier zu sein, weil wir nicht mehr machen müssen. Sonst halten wir hier hinten, um die Beine zu holen, und halten wir hier, wo wir das Chazal haben, bei dem Stock, für Hanani und Ben-Gurion. So, ich muss das ausrechnen, um die 18 Sachen zu holen. So, ich muss das noch machen, wo es noch ist. Nein, keine Ahnung, wie wir das Thema bei Iwi Amardaya. Alle haben die Ahnung, um die Beine zu bringen, mit der Dichkeit von Amardaya. Amardaya ist das Stecken, wo es mit den Knie ackert, und wir wollen es auch nicht gut. So, du hast das Stecken, und bei der Spitze von der Stecken, du hast das Nugel, und wir geben ihm eine Klappe, und das ist der Weg, wo er die Klappe ist, und er weiß, dass es nicht gut ist. Also, ich weiß, dass es nicht gut ist, nicht gut in den Seiten. Jetzt, die Iwi Amardaya, die Stecken von Amardaya, die Breitigkeit der Stecken ist nur ein Drittel Teufel. Lachen wir mal sagen, ein Teufel ist vier Inches, das ist ein Inch mit einem Drittel, mit einem Inch und einem Halb. Lachen wir mal sagen. Das ist die Dichkeit von Amardaya, ein Drittel Teufel. Aber dann, jede Sache, wo es ein Drittel breit ist, ist ein Drittel Teufel, ist ein Drittel Teufel. Wir haben doch gesagt, als ob es ein Drittel gibt, ein Drittel ist ein Teufel, bringt das Teufel. Stammes weiß man doch, das ist ein Drittel Teufel, ist nur ein Teufel. Das ist das, dass es vier Inches, wenn es ein Mensch ist, und ein Keil von anderen ist, das ist das, das ist ein Drittel Teufel. So, wenn man das Drittel Teufel das ist auch das Teufel. So, wenn wir mal an Drittel, die Dichkeit von Amardaya, wo es ein Drittel Teufel ist, ist nur ein Drittel Teufel, das ist das, das ist das, ihrs das ich bin ein Drittel Teufel. Das ist das, das ist das auch, das ist die Eucharistische. Man sagt, wenn wir amen die Weckerein haben, wo es ein Drittel geschaut hat, wo es ein Drittel Teufel gibt, dass alles mit den Drittel, wenn die Drittel gebrauchtzt haben, das ist das ein Drittel Teufel, das ist das, das ist das ein Drittel Teufel, der Drittel Teufel, wird vergessen, der Klallisrat war. Weil ich bin so gebunden, also ich bin so scherzend. Ich gehe bei Gruppen meiner Kinder, hatte gesagt, dass sie ein kleines Schmerzen sind. Ich bin schwer, ich bin schwer, ich bin schwer, dass die ganze Zeit nicht immer ist, wenn ich nicht gerecht soll er bei Gruppen seiner Kinder. Das ist also das Ausdruck für ihn. Gerade die Chazale sagen, also er betarfen, viele, dass es gemeint rauszubringen, also er schelzend, Ich wollte herausbringen, dass er sich schältet, dass seine Kinder sterben sollen, aber er sagt, dass seine Kinder seine Tage gestorben sollen. Das hat er gemacht, dass er seine Kinder begrüben. Ein Mensch tut nichts, aber auch nicht. Der Schachuma die Schamaya sagt, dass er so gehört, dass sie deine Kinder sind, dass er eine Frage kommt. Das was er sagt, dass er so ein Schale ist. Er hat eine Frage, wenn er die Frage kommt, dass er das Thema verspricht, er sagte, dass er das Thema in der Bibel geschrieben hat. Es ist ein Diff, es ist ein Drittel Diff, es ist ein Drittel Diff, der das Thema bringt. Der Schamaya hat gehört, dass er das Thema ist, er wusste, was er es war. in der Bibel steht, noch auf dem Kopf, wie der der Welt. Der liegt auf dem Blick, der liegt auf dem Kopf. Er liegt auf dem Kopf, und er liegt auf dem Kopf, wie er eltbeltt den Gehäuser. Leben ein Satz hat er ein Gehäuser und ein Satz gesetzt Op dem faram und der Gehäuser aber mit ihm erläutert der Mensch nach dem Kiel erläutert aber mit ihm erläutert istein, weil er das Gehäuser hat und das Gehäuser wird er破iert, Jetzt, wenn du den, jeder sagt, was er hecher a-kaiver, du sagst, was er weinig wie a-tefech. Der Ding, als der Oyl, der Verhung a-tefech, ist, ob man muss mit dem, was er nicht ein Satz von der Oyl. In der Kaseis von der Oyl oder der Oyl ist das andere Satz von der Oyl. Du sagst, nur a-tefech kann bringen a-tefech. Weinig wie a-tefech hat nicht der Koyach zu bringen a-tefech. Aber du sagst, was er hecher a-kaiver, Du sagst, dass du da kleine Dingle stecken. Und der Dingle stecken ist hecher a-kaiver, aber es versteht sich, dass er stecken, wo es mit dem Kabel zu bringen. Lass uns sagen, es ist ein Asen. Ja, der Asen ist hecher a-kaiver, und du an den Kauver stecken, was er hecher a-kaiver, und du an den Kauver stecken, was er hecher a-kaiver, weil jede Sache, wo er hecher a-kaiver, du an den Kauver stecken, du an den Kauver stecken. Jetzt, der Mensch, der hatte die Stecken, er hatte die Stecken in der Hand, und der Stecken in der Gewinn, er hatte die A-kaiver geächer a-kaiver, und er hatte die Stecken in der Kauver, und er hatte die Stecken in der Gewinn, weil die Stecken nicht mehr auf den Kauver stecken. Jetzt, wo ist er ein Tummel geworden? Lass uns lernen, ein Teustes Pschat. Du sagst bei Timmel, es wird umgegriffen Tummel bei Chabirem. Tummel bei Chabirem meint, wenn sie ein Rieven ziehen, in Schimmen rie ziehen Rieven. , , Du sagst bei Timmel bei Chabirem. Es ist nicht so, , ist, Tümmer bechabirem mit der Dinn er wird gerechnet, ki Ili erritzi de messe. Und Meile sagt teus was, als der Eicher, der Mensch wusser Ake der Feld, erritzi a Shteken, wusser Shteken is hecher a Kuiwer. Der Shteken wer Tümmer, Tümmer's messe. Der Shteken bei Kimta Tümmer von der messe allein. So der Eicher, der wusser Ritzi der Shteken, wusser Shteken is hecher a Kuiwer, wer Tümmer von der messe allein. Und Meile, Kintos, er ist Tümmer gewonnen, nicht als Tümmer's oil, nicht wegen dem, weil der Eicher mit einem Shteken ist maal auf Eicher, als Tümmer's oil, weil er nicht Tümmer gewonnen hat. Aber was, weil es ist vain wie ein Teufach. Der Sibus mutter mit Tümmer ist gewonnen, was ist Tümmer bechabirem. Der Shteken, Tümmer mit Tümmer, Tümmer Mishim keilem am Eilem al-Ames. In Eret nicht gewiss. Eret gemeint mutter mit Tümmer's oil, in Eames, die gerät, er gemacht Tatoos. Om Rebbe Kiva, Ania Sakan, Ich will mit Sakan, an Shedivrich, achol mit Kayyum, es ist Joa Eames. Es ist sehr gut, als ich sage, dass ich immer mit Tümmer habe, die Breitkeit ist nur ein Drittel teufach, aber noch mit Tümmer als Tümmer's oil. Wo ist? Ich will das nicht mehr mit Tümmer, ich muss mich nicht mehr mit Tümmer sagen. Ich will mit Tümmer mit Tümmer auf den Udamm der Neues und bei Iwa Amardai. Ich will mit Tümmer bechabirem. Als Tümmer als ein Mensch bringt das Tümmer auf den Mensch wo es trügt, wo es trügt die Shteken bei Iwa Amardai. Weil Atsman bechabelt und Atsman meint auf die Kail allein viel ist in der Kail und es ist ein wenig mit Tümmer der Neues ist. Ich will das Dünne stecken. In der Dünne stecken ist ein Maal auf der Mess. Ich will das Dünne stecken wer Tümmer was das Maal auf der Mess. Dünne 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 wenn er geht mit der Henschke und er geht nicht mit der Henschke. Wenn er gegangen mit der Henschke, willst du mal gewinnen? Viele mit der Kolschi. Jetzt hat er geht mit der Henschke, und du kommst mir mal wieder, dass die Menschen sagen, dass die Menschen nicht schrauben, dass du eine auf die Mühle bist, dass du ja Henschke, nicht der Henschke, und du kommst mir gesagt, weißt du, was? Wir sind mit der Henschke, wenn er geht um mit der Glauben. Jetzt der Mensch hat gemeint, dass der Sibus mit der Henschke mit der Henschke ist gewinnen als Timmel. Weil Kaili ist das Timmel. Bei ihm ist es nicht Timmel. Bei ihm ist es um die Glauben, wie die Glauben, als Timmel zu beherbieren. Er sagt das so, jedemal, wenn ein Mensch geht mit der Henschke, ob er gewinnen wie ein Timmel, ob er gewinnen wie ein Drittel, wo er immer nach dem Rimmel ist, ist er Timmel. Haben die Glauben nicht geassert, wenn er geht mit der Henschke, oder er geht nicht mit der Henschke. Der Bescheid ist, dort, wie wir kein Glauben sind, unter Timmel, dort haben die Glauben gesucht, dass viele Glauben mit der Henschke, wo es nach Hause ist, wenn er ein Stück an Timmel zu beherbieren, dort haben die Glauben mit der Henschke gewonnen als Eul. Aber dort, wie ein Scheich, kann man mit der Glauben sagen, haben die Glauben nicht geäußert gewonnen auf der Eul, wenn es ein Drittel teufig ist, oder wenn er Rimmel und Rimmel teufig ist, also kommen die Glauben zu beherbieren, also werden die Glauben zu beherbieren, weil er bald Rimmel und Rimmel teufig ist. Er sagt, in dem Rabi, in dem Rabi, in dem Rabi, in dem Rabi, der Glauben mit dem Mensch, der Farmer, was er nicht zu stecken, ein bei Iwi auf teufig, die Glauben nicht kann teufig, aber wie es bei Iwi auf teufig ist. Also, das Steknallin ist der Drittel teufig, und Rimmel und Rimmel ist der Teufig. Wenn Gauzeri auf den Teufig, dann kommen die Gauzer, und dann kommen die Rimmel und Rimmel, ist der Teufig, mit dem Iwi auf der Dikigkeit. Aber dann kommen die Glauben, also viele, sind nicht mehr mit der Glauben, aber die Glauben mit dem Glauben, dann kommen die Glauben, die Glauben zu beherbieren, weil sie sieht aus wie der Eul. So die Glauben, das ist ein Gebur, von der Yitka ist Dauber. So die Glauben, bei der Tafel von der Omer, eine Kapikas Bini, die Glauben des 7. und das ist ein Gebur, das ist ein Gebur, dass ich einige Jahre nach dem Glauben nicht von 18. Ein paar zwei Jahre nach der 18. Aber das ist ein Gebur, aber dann kommen die Glauben. nicht das Herz ist, sondern das ist ein Gebur. Das war dann nicht so, dass die Tafel von den Glauben, wenn sie in der Gebäude sind, so haben die Glauben nicht gehört, nur sie nicht gemerkt, weil sie leben auf der Geschäft, dass wir so zusammengehalten sind, aber wir sollen allein die größere Mädels sein. Aber wenn wir so kleine Mädels nicht, dann haben wir das gut gemacht, dass alle Tächter der Mädels nicht mehr Ressourcen sind. Und bei der anderen Seite, wenn die Menschen die gleiche Appell sehen, wenn die Wolken sind, wenn sie ausgeschaut haben, wie es regnet, dass die Wolken sind, und die Wolken sind auf der Weg gefloegen, und nachdem ist es zurückgekommen. Ich glaube, dass Rameir, und ich habe jetzt Dachum gezogen, dass das Wasser heiß ist. Bei dieser Prat halten wir Rameir, wo es Rameir hält, als sie die Oferen nicht verliehen. Die Dachum haben gemacht, dass sie zu können, wie die alte Dachuna, die alte Sache, wie bald es gab, wenn es so geregnet hat, wer ist die Autos? Wie ihr wisst noch was von den 18 Sachen? Wie ihr wisst noch was von den 18 Sachen? Wie ihr wisst, wenn ihr ein Beut der Gas klopft, dann klopft ihr auf die Träume, rein zu legen in die Presse. Schauen wir mal, die Träume, gewählte Träume, die man an die Presse machen muss, ist nass von draußen. Diese Nassigkeit, die Träume macht die Träume nicht in die Kabeltäume, und du musst achten, dass die Träume eine Stimme werden soll. Die Träume soll nicht in die Träume werden. Es ist nicht machschi, weil er will dich nicht aus einer Nass. Wenn ein Mensch glaubt ihr auf Träume, von einem Baum, zu machen, will er bei einem es nicht, als der Juice von der Träume soll er rauskimmen, weil der Juice geht ganz zu gründ. Weil er geht dich machen warm von der Träume, er will nicht aus dem Rohr zu kommen, es kommt auch aus der Nassigkeit, der Träume, der bisserl warm, was er rauskommt, wenn 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 er rauskommt, mit Kavuna, mit das, das macht er, aber anders nicht. Aber er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, dass er nichts macht. Er hat gesagt, er hat gefragt, wenn er rauskommt, aber in Habermann ��니 Norbert der Träume abgesagt, dass ererness hekt, Aber wenn man nicht gesagt hat, wir müssen sicher sein, dass man nicht die Zauber aus dem Boden sieht, dass der Mensch von den Boden ist, sondern dass man nicht die Zauber auf dem Boden sieht. In der Zauber wird es nass. In der Zauber wird es nass. Da kennen wir nicht die Zauber, denn die Zauber sind nicht mehr, weil die Zauber sind nicht mehr. Dann sind wir zwischen den Trobben und den Zauber. Aber wir müssen sicher sein, dass der Mensch glaubt, die Trobben von den Boden ist ein Natur. Denn die Trobben ist nass, denn die Trobben ist nass. In der Zauber suchst du das nicht. Die Zauber hat die Zauber in der 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 Zauber kann man das auch aufnehmen. Wenn du fragen wie das Zauber zwischen Trobben und Zauber ist die Zauber die Zauber in der Zauber in der Zauber das ist echt der Juuss. Das ist der Wahn. Weil es Wahn drogen wenn man der Wahn nimmt hat es in sich es ist manchmal Grapejuice es ist manchmal wie Wahn. Aber die Zauber die Zauber die Erfahrung ist es nicht das ist nicht das der Öl allein. Es ist nur ein Saft eine gewisse Nassigkeit wo es kommt von der Zauber aber es ist nicht der echte Juuss. Das ist der Beweis zwischen Zauber in Trobben. Aber in der Zauber sieht man in der Zauber an der Zauber das meint wenn er zu sagen dass die Menschen verstecken die Zauber der Zauber dass die Zauber die Zauber ein Quelle Menschen sagen dazu wenn es in der Zauber ist wenn das ist dann wenn der Zauber kommt bei der Zauber das machen wir gleich, was Een Tier, die man als Seized zu machen hat, aber das ist eine der Zweck. Verstehe ich mit den Seized zu bewegen. Der 1948 ist so, das sagte, es gab einen Schutz, bei einem Moment über das Schammer, in diesem Jahr, das hat man an Kräfer angeschickt hat mit dem Schwert, sondern auf dem Tisch hat man gesagt, man fragt es um diese Kräferin, das war für ein Zeilen, und sich an der Englicht auf den der Englicht. Man fühlt sich das aus, es war so, es war so, Scham und Hill haben wir gehört, dass wir ein Einer gewinnen, der oberste Stock und einer gewinnen, der interste Stock. In der Masse, dass Hill gewinnen, der oberste Stock und Scham gewinnen, der interste Stock. Wenn wir uns das gewollt, wenn wir uns das gewollt, wissen wir mehr Menschen. Also das weiß man doch, wenn wir uns das gewollt machen, haben wir uns das gewollt. Wir wissen, wie lange wir sagen, 20 sagen wir, also 11 sagen wir, also wir haben uns das gewollt. In Versuch hat mehr Menschen, der das gewinnen der Worte. So, da Masse gewinnen, als Samen ist der Oberste Stock und Hillen, Samen gesagt, wer so will, dass wir uns das Schamai-Stelmied haben, haben wir uns das gewollt, in Versuch, in Versuch, haben wir uns das gewollt. In Hillen Gruppen haben wir uns das gewollt. So, es kommt aus, als Schamai-Stelmieden sind, dass wir uns das gewinnen jetzt in jener Tag mehr als das Talmieden von Hillen, weil die Hillen-Stelmieden haben uns das gewollt. Es kommt aus, als in Schamai, haben wir uns das gewollt, wer so will, dass wir uns das gewollt haben, wenn die Schamai-Stelmieden sind, und die Hillen sind so, dass wir uns das gewollt haben. Wir haben uns das gewollt, wenn wir uns das gewollt haben, wir müssen uns nicht machen, denn Schamai hat uns mehr als Hillen, und die Hillen haben uns das gewollt, und die Hillen haben uns das gewollt. Das ist die Erklärung, und die Hillen haben uns das gewollt. Wir haben uns das gewollt, und die Hillen haben uns das gewollt, und die Hillen haben uns das gewollt, und die Hillen haben uns das gewollt, und die Schamai-Stelmieden sind. Und die Tür geht zurück. Die Tür geht aus, die Tür ist von der Tür. Die Tür ist in der Tür. Wir halten uns das gewollt, wo sie sich zählen lassen, und sich in der Tür geht, weil wunsch das Wolle ein von ihnen war. Und der Tür ist, die Tür ist am Ende, hat er getreut zu machen, hat er getreut, wenn man sagt, wenn man die Kinder zu bringen, bringt sie mich die Eurengelie von einem Gewerbe, und er gemeint hat es gesagt, die Gewerbe gehen nicht well, die Gewerbe haben nicht gelost. Aber dann haben sie genommen die eigene Eurengelie, die Kinder, die haben sie auch geholfen, und haben sie gebrannt. Er hat gesagt, ok, ich habe das Bege, und bis ich gebote habe das Bege, ich hoffe, bis Moshe Rabbeini, bis wir, wenn Moshe Rabbeini an den Weg kommen, na, sie hat nicht gearbeitet. Und andere Werte, Aharen ist so wie Gewerbein gebinden sein Hand, hat Gune ist gekannt hier, er hat getreut, er hat getreut mit Gittnesen ist gegangen. Hillel, das Sante sagt, Hillel gewerbein der, was er sagt, der Mishnah, habei mit Talmidov, של Aharen, Oyschulem, Geroidechulem. So, in der Falle, Hillel gab es selber mit dem Aharen, hat er gesagt, dass Hillel, so wie Aharen, wenn man gemacht hat, dass Aharen gewerbein, so ein Koffer, so ein Nichtner Interim, so ein Hillel, hat gemisst, hat er gesagt, seine eigene Meinung, er gewerbt nicht in die Scham, mit dem drittig die Gemüse, die Jäuim schon in der Weigel. Der Guser Scham, er will, der Kobli, Mann, ein Scham, der Gäuser, die Geseire, als wo es der, andere Gäuser, nur auf diese Sache, von Beutzer, man nimmt die Rufe, die Menschen, die Rufe, andere Gäuser, auf alle 18 Sachen. Ich habe nicht gewollt, die 18 Sachen. Wenn Sachen gingen mit Terror, nehmen die Menschen nicht. in der Lage, wer es der Gäuser, der Gäuser, der Gäuser, der Gäuser, der Schwerden in der Mäder, und er hat, wie es nicht akzeptiert. Der Welt will nicht akzeptieren, kann Sachen, was er kommt mit mit Terroristischen Akzien. Wieso wird das nicht akzeptiert? Aber nur dann, wo es die Talmuddei ist, und wir kommen mit den Talmudden, Guser und Korbler. Das ist die nächste Dora, das ist nicht akzeptiert. Weil die nächste Dora, die Angezine, die alle 18 Sachen, die man damals gemacht hat, ist gewöhnt zu raten von Jüdischkeit. Also, wir haben gesagt, der Meshach Ochmer, bringt es raus, ein paar Schicksal, wie ich die Kauzei, dass die 18 Sachen, die alle gemacht haben, die Masse geratet wird, dass die Jeden, die sich durch die Gäste mit der Gäste. Jetzt, ich kenne schon, als jede Tukuna extra, aber auch, bei gewissen Tukunas, kann man sehen, weil man sehen, in Bulten, die Gemurre. So, die Gemurre, meine Tama, so die Gemurre, wo es attackelt hat der Tama, wo es Schamah hält, aber da, als es machtsicher, Lechoire, Lechoire, hevuldig nicht, die Tromes allerhoz, die Jussel allerhoz gekämen. Oma, ziiri, ummer, buchinnen, gezeire, seme, yavtsereni, bekippes, demais. Chob meure, Tommer, Wenn ich die Sprecher habe, dann kommt die Sprecher. Wenn ich die Sprecher habe, dann kommt die Sprecher, dann kommt die Sprecher und dann kommt die Sprecher. Die Lache ist, einmal du mal lernt, der ist das, was er sagt, dass ich mich schweren habe in der Kabeltimmer, nur wenn die Sprecher geht, geht darauf mit das, mit Ruzen, nur wenn die Sprecher kommt später. Aber wenn die Sprecher kommt, dann muss er auf die Sprecher, er geht darauf, das Wasser, wo es geht darauf, auf die Sprecher, kommt zusammen mit der Temer. Und wenn der Temer ist jetzt dort, ist der Temer wie ein Machschiff, der Wasser, und der Wasser ist ein Machschiff an der Sprecher. Aber mit dem, wenn man sagt, dass die Sprecher kommt, dass die Sprecher kommt, die Sprecher kommt, die Sprecher kommt. Die Sprecher kommt, die Sprecher kommt, wo es geht da, auf die Sprecher machte es da Das ist nicht der Mensch. Wenn man ein Kiel mit einem Kiel macht, ist es nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es gibt zwei Dinge. Wenn man zu essen, muss man nicht mehr gewinnen. Wenn man nicht mehr gewinnen kann, weil es nicht mehr so ist, wenn man sich nicht mehr trotzt, mit dem das. Wenn man nicht mehr sagt, dass man nicht mehr gewinnen kann, auf Zereni, bei Kippes mit Zäufe ist. Tomert hat erupnamen der Troben in vermachte Kippes. Gewentlach fegt man erupnamen der Troben in Baskets, wo seine Gelechert. Gewentlach Baskets seine Gelechert. Zusammengeflochten seine Gelechert. Jetzt, oib, se du, kimmt raus Juice von der Troben, rin die Juice raus von der Troben in draußen von der Lechert von der Baskets, so die Gemur haben noch 100 Jahre gehad, oib, oib, wat er raus nehmt der Juice, mit, äh, 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 erupnamen der Troben in Kippes, wo seine nicht Gelechert, seine, mese Fufus meint, sie verschmiert, mit Pech, in der Juice, kimmt nicht da raus, der muss Atem nicht, als der Trobe wird nasslich von draußen. Seht aus, es ist gringer, auszerkwetschen Troben, wenn sie, wenn sie weiket sich, also wie in der Wahn, ist der Troben mehr weicher, können noch den besser, besser, äh, zerkwetschen der Troben. Der muss Atem nicht, als der Juice kimmt da raus, verkehrt, er hat er nur. Wenn Meile haben die Chum gesucht, ha, fülle, wenn er nehmt, kippes, seine nicht, mese Fufus, da die Kippe seinen, seinen Lechertig, ham doch um Gäuser gewöhnt, tolmere, terupnamen der Troben, bei Kippes, mese Fufus. Röbe Omer, geseire, mese Manoschchus. Was meint, mese Manoschchus? Scha Udam heilich, äh, zu Udam heilich, äh, so die Gummura, so die Gummura, so die Gummura, dummere vnachman, umr abba, breviah, po umsch Udam heilich lekarmoj. A Mensch gaita Sachman Rana san Kerem, lejai, da im Gihaha hanuvem lebezire. So die Gummura, zu wissen, zu de, zu, zu de, zu de Kerem, ist ungekima, zi, zi, mesechna arubname der Troben. Bezire meint, arubname trauben heiss bezire. A Mensch will sehen, si die Troben zaneredi, zu, 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 arubtsa nemen. O Eloi, venoitle eschkele anuvem, nemmter a strengel troben, lezachtas osterkwetsch, na will sehen, si de Troben inside is getzatik, in mazalaf elgaba anuvem, in er spritzes lauf av de Troben, ebeshaz bezire, adayin, maskin toifich alayim. Ja, de, de geseyre meishem enoschkes, in rabben, rabnachman, si du ager, se du umar. Obe bepastos, nemmten arroz de umar, se zwei andre teritze. Eintere zes Robe, geseyre ischem enoschkesmeit, asachmole du Troben, wo se ne, zwaizwagen, wo se ne, zame geklebt, in er will utteilen de zwaizwagen. In damol, wenn er teilt up de zwaizwagen, asachmo quetscht der osa Trobe, in se weht der Trobe wehten drossen nass. Chatscheklemase, er will nischt zu quetschen de Trobe, er will na pushet utteilen de zwaizwagen, ja balt obere tittes, mit truzen, er will jetzt utteilen de zwaizwagen, ham de chum gesugt, ase seht os, ki ili, er kwetscht os de Trobe. Ham de chum gesugt, am is a natura, mensch, wal oibergayt, utteilen zwaizwagen, noshkesmeit, zwaizwagen, wo se baas, in se chasso, e wien, er will es utteilen, gebalt dat tittes, med de hand, is de maske, yo machscher, in Ravnachman, entfet noch aterets. Ravnachman zogt, asachmole, a sachmole, a mensch wil sehn, si de Trobe is gecatekt, ad mazala roznamen, van, gitra kwetscht de Trobe, zu zeehn, si de, si de, van is anfertig, i wameile, zudigumuren, beschaas, mener, neemt ar up de Trobe van de boim, kenna mu zan, de Jus, wussar roze kima demuls, mennig gegema ha kwetscht, ha zog amul ausgekwetscht, de Trobe, af andere Troben. Jez de Trobe, wussar geworna ausgekwetscht, jener Jus, hat er doch gewolt, weil er de gewolt zeehn, van de Jus, wussar kima da roze van de Trobe, zee de Trobe, zee zes ready, de van, zem echa van, zudigumuren, beschaas, mener, ter up de Trobe, is es noch nass, wa deem, im dochum gesok, az, 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 ala muldafen, sa upname betahare. Zumere, wussar de, nechste, geseire, viet chesdover, omer, tevi, reishba. Tevi, geissende mensch, er isbemeiter, gewen a mensch, so gechapt, wussar gefangen, chais, an öifes, omer, schmil, afgedeel, trimmer, trimmer, boi, bejoim, gazri. Toch hovang gemacht hat, koona, vene mensch, flanzt an, trimmer, a mensch, nemmt trimmer, na flanzt a saan, sa wakst a roze, is de, wese wakst, wende trimmer, is oge trimmer. Men, a teure, is nisch doaz a zah, wala, insweizen, vene mensch, flanzt a na zah, wens, wakst a roze, trimmer. En, lege saran, na flan, in de eit, wakst nisch da roze, finde trimmer, trimmer, koordin vet fafiel, de, 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 keral, nu demakst a roze, saboim. Hamdichum, gamech, tabrat a koona, az gedile trimmer, is oge trimmer. Hamdichum, oge, gase, tjena, tuk, maita, mawuset a ta, muz, humad, gase, omar, uginine, gezeer, sem trimmer, teure, bei Yad Yisrael. Da kommt man am Heuregat auf Trimmer zu hören, wo es sagt, dass der Name an die Jede nicht willen geben, dass Trimmer von der Koehn. Er ist sie kark, er hat Trimmer, er sagt, dass es willen halten für sich. Wenn man sich gemacht hat, dass der Kuhn hat Trimmer bei Yad Yisrael, so die Gummere, soll auch, soll auch, ähm, äh, Kedai, soll es willen geben von der Koehn. Also, dass es willen geben von der Koehn, wo es geht, hat er, erzählen wir es an Trimmer anzupflanzen, und also, dass es nicht von der Koehn. Aber wir machen das Kuhn, also, dass es willen geben von der Koehn. Und wenn man nicht, dass es willen geben von der Koehn, dann wird es nicht verraten, dass er nicht scheitern, auch nicht. Einfach nicht, aber wir wollen scheitern, weil wir nicht scheitern, ist. Weil, wenn der F ist, dass er auch ein Keto ist, er kennt euch, er sagt, ein Keto Trimmer von der Schmiel. Ja, Schmiel sagt, dass man Ames erinnert, ein Keto, wie es hat, Tausendte withecht, und erinnert, ein Weitzel von der Trimmer aus der Schmiel, dausendte Die ganze Sache für uns надо vermitteln, eine 56-Mja, eine 66-Mja, ist nur der Bedürfung, die Kehdein, wo wir geben von der Koehn nachher, sie nehmen. Und was weiß, wenn er, wenn man der Trimmer zu machen, der Teile, die alte Teile, kann er, der Kehdein, für den Menschen, dass es nicht interessiert, wenn man den Koehn, der Koehn, von der Koehn, die Unterne! Ja, So der Mensch, wo es da für ein Ruf scheidender Sache trimmt. Ich möchte nicht ein Geben von den Kühen, nicht ein Wettergeines Anpflanzen drehen. Ich will sich herausdrehen von den Essenen von den Kühen, weil ich kein Tiener besser heiße. Kenner muss er aufnehmen ein Weizel und fertig sein. Ich will euch kommen, nicht ein Tietnisch, ich will euch sagen, ich will euch immer noch ein Geben von den Kühen geben. Ich will euch nicht...